Uncle Petey Let's Plays Messer Brauche ich jetzt nicht. So, ok. Auf geht's. Da unten warten sie. Das sieht so geil aus, finde ich. Guckt euch da an. Eine richtig schöne, brennende Ruine. So gefällt mir das. Überhaupt, das sieht so cool aus hier. Unbedingt, der Titel ist ja auch schon etwas älter. Echt cool gemacht. Gefällt mir. So. Weiter geht's. Mist! Nein! Mist Kerl. Hallo, treffe ich den nicht. Ah, endlich. Geht doch. Scheiße, das Feuer sehe ich hier gar nichts. Ich höre doch noch Schüsse. Da oben. CX erledigt. Mal gucken. Haben wir da von der Waffe? Ah, die. Die. Die hatte ich ja am Anfang auch schon. Die nehm ich jetzt mal wieder. Und hauen die Bastarde aus der Stadt. Zählen Sie auf die Schwachstelle an der Tür. Ok. Schwachstelle an der Tür. Äh. Moment. Schwachstelle an der Tür. Stehe ich hier wieder irgendwie wie der... Achso. Die Tür. Brauche ich doch bestimmt irgendwie so eine Art... Raketenwerfer. Oder geht das auch mit der Handgranate? Äh. Mal probieren. Mal schauen. Ja. Geht mit der Handgranate. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Frosch im Hals. Sorry. Er lädt schon wieder. Ok. Ok. Mein Gott. Der nimmt schon wieder nach. Oh. Muss der mich so erschrecken? So. Ja, jetzt geh ich schon. Bleibt der vor meiner Nase hier stehen? Wer soll dat? Ok. Ok. Bleibt ja auch Silber. Oh. Oh. Schwein. Oh. Oh. Der war knapp. War fast schon mein letztes Güntler. Mist. Panzer. Panzer. Entdeckung. Oh. Die machen uns hier fertig. Oh, oh, oh. Deckung, Deckung. Tun Sie was. Und zwar schnell. Gucken Sie sich um die scheiß Bunker. Kein getrafft. Rücken vor. A-B-D. 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 Oh, den hab ich erwischt. Gott sei Dank. Da dauert glaube ich noch einen. Na ja. Schweinebüster. Ob ich das mal so sagen darf. Paketenwerfer. Den nehmen wir. Jawoll. Da unten. Oh scheiße. Hahaha. Oh man, da hab ich mich selbst eliminiert. Ich hab gedacht, da könnte ich so nach unten schießen. Das war wohl nix. Nehmen Sie sich die RPGs in den Dürren vor. Okay. Das ist meine eigene Schuld. Da hab ich mich dumm angestellt. Das kann ja mal passieren. So, okay. Nochmal. So geht's auch. So. Oh, der lebt noch. Ich hab gedacht, den hätte ich. Okay. Wo ist der? Ich brauch den Raketenwerfer. Oh. Na? Gucken, da nochmal. Oh, da hab ich gar nicht mehr. Nur eine Rakete. Verdammt. Okay, mal kurz Deckung aufsuchen. Und dann nehm ich den aufs Korn. Jetzt geh ich hier an das Gefütz. Und dann nehm ich die aufs Korn hier. Ja! Das war das. Und da drüben ist aber noch mehr. Ja, da wartet da schon der. Oh. Ja, ich bin selbst überrascht. Schnell da rüber. Oh, da oben. Ah, das Ziel ist. Die Maus fährt leichter. Ja. Glaube ich hab. Mal schauen. und... So weit, so gut. Okay, sieht so aus, als wären alle erledigt. So. Da gibt's eine Leiter, hab ich gehört. Da, ne? Äh, ja. Zack, da bin ich unten. So. Wir drüben, Sepp. Geh mir in Deckung. Oh, da ist ja einer von den bösen Jungs. Da sind die Jungs. Los! Boah, wie kann ich denn da vorbeifließen? Oh. Scheiße, da kommt ein Panzer durch die beiden Tore. Äh, Gaza! Schaffen Sie uns diesen Panzer vom Hals! Kommen wir in den Rekt gar nichts! Dafür brauchen wir eine RPG! Gehen wir? Oh, verdammt! Okay. Paketenwerfer. Nehmen wir den einfach mal. Und jetzt gehen wir mal die Treppe hier runter. Mal schauen. Runter. Zack. Wahrscheinlich erst mal so. Wir drüben, Sepp. Geh mir in Deckung. Achso, hier wär auch noch ein Raketenwerfer. Bitte Jungs, los! Scheiße! Da kommt ein Panzer durch die scheißen Vore! Sepp, Gaza! Schaffen Sie uns diesen Panzer vom Hals! Ich versuch's. Kugel bringt gar nichts! Dafür brauchen wir eine RPG! Oh, sehr schön. Oh! Auf, Gaza! Wir werden hoch! Oh!